Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Heute gibt es dann wieder 5 coole Gadgets, die mich einfach die letzten Wochen im Alltag begleitet haben. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr coole Sachen dabei. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Los geht's für immer nach dem Intro. Starten wir hier auch gleich mit dem ersten Gadget und hierbei handelt es sich um Toner von der Firma Dustin. Denn ihr kennt es sicherlich, ihr druckt viel zu Hause. Irgendwann ist dann der Toner leer, ihr müsst neu kaufen und das geht dann wirklich ordentlich ins Geld. Und hier wollen wir uns nun die Toner von Dustin etwas genauer anschauen, denn die sind auf jeden Fall die günstigere und genauso gute Alternative. Die Firma Dustin, die verwendet leere Gehäuse und füllt diese mit neuem Toner, also Druckmaterial, wieder auf. Da die Tonergehäuse wiederverwendbar sind, ist es auf jeden Fall eine super effiziente Sache. Somit sind die hier gezeigten CE505A Toner im Durchschnitt 60% günstiger als die Toner von bekannten Marken. Also ihr merkt schon, das ist auf jeden Fall wirklich einiges. In meinem Fall habe ich hier einen HP Monochrom Laserdrucker, der nur schwarz und nicht farbig druckt. Die Farbelemente des Ausdrucks, die werden dann in Grautönen dargestellt. Monochrom Drucker sind hauptsächlich für Unternehmen, Büros oder auch andere Arten von Business vorgesehen. Zum Beispiel, ja meistens zucke ich schwarz-weiß, also brauche ich nicht unbedingt einen Farbdrucker. Die Dustin CE505A Toner, die kommen in dieser Verpackung und bei der wird auch bewusst Wert auf den Umweltschutz gelegt, da keine bunten Aufdrücke oder auch nur ökologische Farben genutzt werden. Der Toner ist auch bestens geschützt, zum Beispiel durch diese Folie, damit jetzt keine Belichtung auf die Elemente des Toners kommt oder auch andere Elemente des Toners, die Einfluss auf die Druckqualität haben. Die werden nochmal zusätzlich durch Sticker geschützt. Nun geht es also auch an den Austausch. Den neuen Toner müsstet ihr einfach hier, wie auch bisher, in den Drucker einsetzen und dann findet hier auch die automatische Erkennung statt. Hier hatte ich jetzt persönlich auch keine Probleme, alles lief wunderbar und ich konnte ganz normal weiterdrucken. Von der Druckqualität konnte ich auch keine Unterschiede feststellen zu Toner bekannteren Marken. Das ist auf jeden Fall wirklich top. Hier seht ihr auch mal ein paar Beispiele und man kommt auf so gute 2500 Seiten mit den Dustin Tonern. Das ist mega, mega gut und nochmal 10% mehr als bei anderen. Also ihr merkt schon, damit könnt ihr auf jeden Fall gut Geld sparen. Macht auch natürlich nochmal was für die Umwelt, da einfach die Toner wieder befüllt werden. Das ist einfach deutlich effizienter. Also schaut euch das Ganze auf jeden Fall einmal an. Alle relevanten Links und so weiter findet ihr, ihr kennt es unten in der Videobeschreibung. Weiter geht es dann mit einer Smartwatch und zwar der Huawei Watch 4 Pro. Die hat mich die letzten Wochen im Alltag begleitet und ich mag persönlich Huawei Smartwatches sehr, sehr gerne. Denn die sind zum einen schön hochwertig gehalten und bieten auch einen großen Funktionsumfang. Und so sieht es auch bei der 4 Pro wieder aus. Ich muss sagen, das Design, das sieht doch einfach richtig schön edel aus. Ist aus Titan und ja, das macht einen super, super hochwertigen Eindruck. Das Armband gibt es übrigens auch nochmal als Lederoption, falls euch das vielleicht mehr zu sagt. Wir haben hier ein 1,5 Zoll großes AMOLED Display mit einem runden Gehäuse. Auch hier gibt es natürlich wieder eine Vielzahl an verschiedenen Watchfaces, aus denen ihr wählen könnt. Gesteuert wird dann auch alles über die Huawei Health App auf dem Smartphone. Hier findet man auch nochmal eine detaillierte Übersicht über die ganzen Messwerte oder auch wenn ihr Trainings aufgenommen habt mit der Uhr, könnt ihr hier das alles nochmal deutlich detailliert euch anschauen. Rechts gibt es dann die digitale Krone, mit der man durchs Menü scrollen kann, damit jetzt das Display nicht durch einen Finger verdeckt wird. Natürlich könnt ihr auch ganz normal über das Display mit dem Finger Eingaben machen. Da drunter gibt es noch einen weiteren Button und das ist so ein Quick Action Button. Wenn ihr diesen einmal drückt, dann bekommt ihr hier so ein paar Apps vorgeschlagen. Und ich nutze hier meistens immer die Trainings App, um einfach direkt ein Training starten zu können. Denn hier gibt es natürlich auch wieder Zugriff auf alle möglichen Trainings. Also ja, ich denke da ist auf jeden Fall für jeden auch das passende Training dabei. Cool finde ich auch wieder, das gab es ja auch schon bei anderen Uhren von Huawei, die Laufkurse. Also da wird man so ein bisschen durchgeführt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch meiner Meinung nach. Alle möglichen Gesundheitsdaten werden dann hier natürlich auch aufgenommen und sind mit an Bord. Wie beispielsweise der Puls, Blutsauerstoff. Es ist ein EKG möglich. Oder man kann auch die Hauttemperatur messen, was ich sehr, sehr spannend finde. Und dann ist auch neu die App Health Glance. Bei der werden jetzt mit einem Durchgang mehrere Parameter auf einmal gemessen. Es gibt auch einen Atemtest. Da muss man dann an die Uhr husten. Und dann wird auch die Lungengesundheit gemessen. Ist alles bei mir im Grundbereich. Das ist auf jeden Fall top. Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass einfach diese ganzen Gesundheitsfunktionen hier alle mit an Bord sind. NFC Payment ist leider weiterhin nicht möglich, obwohl die technischen Voraussetzungen da sind. Und bezüglich der Akkulaufzeit, diese hält so gute vier Tage bei normaler Nutzung. Mega gut. Finde ich sehr, sehr nice. Besser als bei der Apple Watch auf jeden Fall. Und wenn man diesen Ultra-Energiesparmodus einschaltet, dann kommt man so bis zu 20, 21 Tage. Und da hat man jetzt auch nochmal deutlich mehr Zugriff auf bestimmte Aktivitäten. Das Internet ist dann aus, aber man hat deutlich mehr Möglichkeiten, als man vorher hatte mit diesem Energiesparmodus. Das auf jeden Fall zu der Uhr. Ich finde sie sehr, sehr nice und sieht auch schön edel am Handgelenk aus. Man kann es natürlich zum einen für den Sport nutzen, aber auch wenn man vielleicht mal abends unterwegs ist auf einer Abendveranstaltung, dann ist man hier top ausgestattet. Nun gibt es nochmal was auf die Ohren und zwar mit den Mackie MP20 TWS. Das Ganze sind True Wireless Stereo Kopfhörer mit einer aktiven Geräuschunterdrückung. Diese kommen auch in diesem schönen minimalistischen Case und darin werden sie dann natürlich auch aufgeladen. Und ich persönlich mag auf jeden Fall das Designer-Kopfhörer auch sehr gerne, denn sie sitzen zum einen schön angenehm im Ohr. Das ist bei mir immer auch sehr, sehr wichtig. Ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen. Es gibt ja auch verschiedene Ohraufsätze, aber sie sitzen sehr, sehr angenehm, drücken nicht auch über einen längeren Zeitraum. Und ja, das finde ich auf jeden Fall bei Kopfhörern, gerade in den Kopfhörern, sehr, sehr wichtig. Außerdem sitzen sie auch schön fest, rutschen jetzt ordentlich heraus, auch wenn man jetzt mal den Kopf stärker bewegt, beziehungsweise ja, wenn man vielleicht mal läuft. Verbaut sind Hybrid-Dualtreiber mit Balanced Armature für die Höhen und Mitten, sowie einem klassischen dynamischen Rundmember-Bahntreiber für die Bässe. Und zum Sound muss ich sagen, der ist wirklich gut. Der ist zum einen schön klar gehalten, aber auch die Mitten und Höhen sind hier gut aufeinander abgestimmt. Und wie gesagt, der Bass, ja, der ist auch ebenfalls schön prägnant. Also ich mag dieses Gesamtsound-Erlebnis hier sehr, sehr gerne. Es hat extrem viel Spaß gemacht, darüber Musik zu hören. Und ich habe es schon angesprochen, Active Noise Cancelling ist natürlich hier auch mit an Bord. Finde ich auch sehr, sehr praktisch, gerade wenn man vielleicht mal im Zug sitzt oder so und einfach nicht so hören möchte, was um mich herum los ist, dann kann man das hier schön ausblenden. Und es hat auch hier einen sehr, sehr guten Job gemacht. Es gibt auch einen Transparenzmodus, wenn man einfach mal hören möchte, zum Beispiel, ja, eine Zugdurchsage und dann kann man es hier auch gut, ja, sich anhören. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Bedienelemente direkt an den Kopfhörern, zum Beispiel, um jetzt die Musik zu steuern oder auch das Active Noise Cancelling. Auch das hat im Alltag gut funktioniert. Außerdem sind sie auch IPX4 wasserdicht, was natürlich auch gerade ganz praktisch ist, wenn es vielleicht mal so ein bisschen regnet oder vielleicht auch natürlich beim Sport. Das war dann ist Bluetooth 5.2 für AAC und SBC Codex hier mit an Bord. Und das ist auch gut zum Streamen, denn man hat hier auch eine geringe Latenz. Der Akku, der hält knappe 13 Stunden ohne Active Noise Cancelling, was wirklich gut ist. Und man kann die Kopfhörer so gute dreimal mit der Case wieder aufladen. So viel also zu den Kopfhörern. Mir haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Und falls ihr, ja, Active Noise Cancelling in ihr Kopfhörer sucht, schaut euch die auf jeden Fall mal an. Weiter geht es mit einem 5N1 Wireless Charger. Der ist wirklich perfekt für den Schreibtisch oder auch für den Nachttisch. Kommt von Sera. Das Ganze ist in Zusammenarbeit mit The Voxen. Und ich muss sagen, das sieht vom Design hier auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Klar, das Ganze ist größtenteils aus Kunststoff gefertigt. Wir haben auch diese Kunstleder-Oberseite hier. Aber es macht auf jeden Fall einen schönen, eleganten Eindruck. Dazu gibt es auch dieses hochwertige Nylon 2 Meter USB-C Kabel. Das finde ich auf jeden Fall auch richtig gut, dass es nicht einfach so ein klassisches Kunststoffkabel ist, sondern so ein bisschen hochwertiger gehalten ist. Und so könnt ihr nun euer iPhone, die Apple Watch und noch andere Geräte, wie beispielsweise die AirPods, hierüber aufladen. Das Gute ist, es gibt hier auch so einen Button. Darüber kann man zum Beispiel jetzt Licht anschalten für die Rückseite, sodass man einfach nachts so eine kleine Beleuchtung hat für den Nachttisch. Und dazu, außerdem, wenn ihr diesen Button drückt, könnt ihr auch den ganzen Strom einmal kappen, falls ihr fertig seid, mitladen, dann ist hier das alles schön ausgeschaltet. Auf der Rückseite gibt es dann noch einen USB-A-Anschluss mit 10 Watt Output, was auf jeden Fall ganz praktisch ist, falls ihr noch ein weiteres Gerät aufladen möchtet. Übrigens, der ganze Input beträgt maximal 45 Watt. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr praktisches Sketch-Shit, sieht super schön aus und macht sich auch echt gut auf dem Schreibtisch oder auf dem Nachttisch. Nun sind wir auch schon beim letzten Produkt angekommen und hierbei geht es nochmal um Over-Ear-Kopfhörer von Edifier. Es handelt sich hierbei um die WH950MB. Es sind auf jeden Fall schöne, schicke Over-Ear-Kopfhörer mit einem schlichten, hellen Design. Gibt es auch in einer schwarzen Farbvariante und diese haben ein Gewicht von 300 Gramm. Was mir persönlich, wie gesagt, sehr wichtig ist, gerade bei Kopfhörern, das ist der Tragekomfort und der ist hier auf jeden Fall auch schön angenehm. Denn alles ist gut gepolstert, auch zum Beispiel jetzt hier die Ohrpolster und natürlich auch oben. Übrigens der Bügel besteht aus Metall, ansonsten haben wir hier größtenteils Kunststoff verwendet. Aber auch mit dieser Kunstleder-Optik muss ich sagen, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön edel aus bei den Kopfhörern. Die Kopfhörer lassen sich natürlich auch an der Höhe anpassen, sodass sie dann auch an eure Kopfform optimiert sind. Es ist ein dynamischer Treiber verbaut mit einem Membrandurchmesser von 40 mm. Dazu haben wir auch einen kräftigen Tiefton, also schön satte Bässe muss ich sagen. Aber natürlich auch die höheren Frequenzen und auch die Mitten sind hier echt gut aufeinander abgestimmt. Also das hat mir echt richtig gut gefallen. Das Sound-Gesamtergebnis muss ich sagen, hat hier einen sehr, sehr guten Job gemacht und ich finde, es macht richtig Spaß. Aber auch wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Podcast hört, wo natürlich die Stimmen im Fokus sind, muss ich sagen, kommt ihr hier auch sehr schön klar zur Geltung. Das ist natürlich auch wichtig, gerade wenn man mal vielleicht nicht Musik hört, sondern wie gesagt Podcasts und auch Videos, wo es halt primär um die Stimme geht. Auch diese Kopfhörer haben natürlich ein Active Noise Cancelling, was mir im Alltag auch richtig gut gefallen hat, denn so werden die Umgebungsgeräusche einfach nochmal herausgefiltert. Macht auf jeden Fall extrem viel Sinn, gerade natürlich wenn man unterwegs ist im Zug, im Flugzeug, da hat man immer so ein gleichbleibendes Brumm, Rattern und so weiter. Das wird dann hier auch schön eliminiert. Wenn jetzt um einen herum Leute sprechen im Zug oder so, dann werden diese hier nochmal deutlich gedämpfter wiedergegeben. Klar, man hört sie so ein bisschen, aber es ist deutlich angenehmer als ohne Active Noise Cancelling. An der Seite gibt es hier noch die Bedienelemente für die Musik, aber auch für das Active Noise Cancelling. Und die Akkulaufzeit, die beläuft sich auf 30 Stunden mit aktiviertem Noise Cancelling. Das ist auf jeden Fall auch ein richtig guter Wert. Und ja, nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos eingekommen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und damit war es das. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da abonniert mich, um keine weiteren Videos zu verpassen. Also, macht's gut. Ciao, ciao.